Und da sind wir wieder, neue Runde, neues Glück, Dungeons of Infinity, Leute, es geht wieder weiter in eine neue Runde, letztes Mal mit Evoli, heute würde ich mal sagen, starten wir mit, ach komm, wir nehmen heute mal Paper Mario, let's go, ähm, Bonus-Item nehmen wir auf jeden Fall auch wieder mit, denn ich würde die Nicht-Schwert-Challenge nochmal versuchen, ähm, das letzte Mal hatten wir die Fire Orbs, mitgenommen, wir könnten auch mal die mitnehmen, oder das Buttenschild, ich glaube, ich nehme nochmal die Fire Orbs, genau, gut, Mario, was hat er denn hier an seiner Faust, ei, 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 okay, die Swordless-Challenge, Leute, also, ich habe gemerkt, man kann den wohl doch mit einem Bogen töten, den Boss, zumindest habe ich das in einem Video gesehen, ähm, den droppen wir erstmal, und den Equip machen, so, genau, ähm, aber, ich glaube, mein Fehler war, dass es geupgradet war, der Bogen, kann das sein, dass das nicht gut ist? Steht da die geringe Möglichkeit, dass das nicht gut ist, in dem Run, weil der konnte ohne den geupgradeten Bogen auf jeden Fall Schaden machen, das habe ich gesehen, so, zack, okay, da kommt auf jeden Fall ein bisschen Knie dabei rum, oh, sehr schön, oh, oh, guck mal, bisschen Kohle, und hier geht es noch durch eine sprengbare Wand, da können wir uns vielleicht ein schönes, ja, ein schönes Startkapital erstmal arbeiten, das gefällt mir, so, ich gehe mal stark davon aus, wir werden hier wieder mehr Runden zocken heute, Pfeile kriegen wir auch ein bisschen, so, hier war nix weiter, ne, und ich wusste schon mal nebenbei die Feuerorbs ein bisschen aus, obwohl ich, glaube ich, für den ersten, äh, für die erste Etage werde ich da, glaube ich, nichts benutzen, uh, sehr schön, es sei denn, es ist jetzt unbedingt ein Muss, so, warte mal, den zum Beispiel, den kann ich jetzt gar nicht töten, ja, den lasse ich mal außen vor, so, den hätte ich jetzt töten können, naja, so, hier kann ich wieder ein bisschen was, ein bisschen was umbringen, zack, den haben wir auch, guck mal, da ist auch noch einer, tschüss, und den kriegen wir auch noch auf die Ketten, fabelhaft, da ist der Key, äh, können wir hier irgendwo durch die Wände gehen, ich glaube nicht, dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü, so, und dann, ja, jetzt müssen wir auch schon durch den, Schlüsselraum, richtig? Aber sind wir hier schon mal durchgegangen? Ja. Ja, das hat nichts gebracht. Okay, komm, ich werfe den Grub mal weg, und wir gehen durch die nächste Tür. Wir haben schon 101 Rubinen, mittlerweile, da kann man ein wenig was machen, glaube ich. Oh, Schatzkiste. Ah, okay, noch mehr Geld, sehr schön. Okay, und hier, ja, den lassen wir stehen. Okay. Neue Etage, neues Glück. Okay, direkten Schalter. Mit Nummer 3, so Frostdingern, okay. Ich glaube, die werde ich bevorzugt erstmal benutzen, damit wir die aus dem Inventar wieder rauskriegen. Okay, Bomben und Ring of Rupees ist nicht schlecht, aber zu teuer, viel zu teuer. Da würde ich sogar eher Bomben mitnehmen, glaube ich. Hä? Was ist das denn für ein Durchgang, ganz ehrlich? Okay. Naja. So. Ja, das gefällt mir schon eher. Oh Gott, daneben. So, guck mal. Direkt einfach einen Schlüssel bekommen. Also, dieser Durchgang, der hat sich ja gar nicht gelohnt. So, Schlüssel bekommen, 25 Rubine, naja. Okay, da können wir jetzt auch einfach durchlatschen. Ich sehe auf jeden Fall auch noch keinen Grund, irgendwas zu werfen. Ich glaube, die Eisorbs sind auch nicht so geil, die frieren zwar die Gegner ein, aber die bringen die auch nicht instant um. So, okay. Ah, hier ist auch nichts. Ja, ich könnte mir jetzt drei Bomben kaufen, theoretisch. Okay, das sieht ja alles sehr merkwürdig aus. Ah, es geht nur nach links, ne? Ja. Hm, 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 hm. Auch gar nichts weiter los hier. Hier kann ich jetzt die Bomben... Nee, kann ich nicht. Hä? Mana. Hm, noch eine Bombe. Sehr schön. Ja, okay. Die legen wir doch gleich mal hier hin. Und liegen noch zwei Schatzkisten. 30 Pfeile. Sehr schön. Ja. Keiner braucht dieses ganze Mana. Ah, da lohnt es sich ja doch fast, den Ring zu kaufen, ne? Bei dem ganzen Mana, was wir gerade hier in die Hose bekommen haben. So, hier ist gar nichts weiter. Da ist nur eine Fledermouse. Und da ist noch ein Schlüssel. Okay. Hier muss ja ein Schalter unter dem Krug sein, theoretisch. So, hier ist gar nichts weiter los. Jetzt müssten wir ja theoretisch bei dem Typen rauskommen mit den Bomben, oder? Bei dem Shop-Typen. Oder auch nicht. Ja, das ist halt das, was ich meine. Ich kann die zwar einfrieren, aber die sterben ja nicht, ne? Oder platzen die noch auf? Ja, guck mal, da passiert gar nichts. Ich glaube, die drei Bomben würde ich mitnehmen, Leute. Da, 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 da. Ja, die Eisdiener sind, glaube ich, für den Run auch nicht so nützlich. So. Bin ich jetzt irgendwie der Meinung? Ja, ist nicht so geil. Wir haben relativ wenig bekommen jetzt hier. Okay, hier kriegen wir direkt den Brief. Ich dropp das mal, Leute. So, den Brief brauchen wir auf jeden Fall. Da, 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 da. Okay, ich brauche mal einen Schlüssel. Ich hoffe, ich bekomme irgendwo den Bogen, Leute. Wir haben sehr viele Pfeile. Das wäre auf jeden Fall geil, wenn wir da jetzt noch den Bogen irgendwo herbekommen. Aber wir hatten halt auch das Glück beim letzten Mal schon. Da hätten wir auch locker easy durchfetzen können. So, warte mal. Zack. Ein bisschen Mana. Zack. Ein bisschen Geld. Ich muss sowieso alle Gegner töten, ne? Frage ist, reicht da eine Bombe? Okay, geil. Du, 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 du. Ja, hier oben. Ja, egal. Ah, ja, ja. Hier ist auch schon wieder ordentlich was los. Dö, 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 dö. Ja, ja, ja. Äh, das Ding. Da use ich mal das. Dö, 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 dö. Und ich glaube... Und ich glaube... Was, was ich am Leben. Ja. So. Das wäre der. Und den kriegt man leider nicht mehr tot. Okay, wir brauchen ganz dringend Pfeile, Leute. Also, ne, äh, einen Bogen. Okay. Weiter geht's. Ah, sind schon mal zwei weniger. Okay, hier haben wir noch den Typen. Den ignorieren wir mal gekonnt. Und hier ist auch gar nichts weiter los. Ha. Okay, wir haben ja den Schlüssel. Alles, es geht hier weiter. Okay. Ähm... Haben wir denn hier was zu verschieben? Nö, ne? I didn't see anything. Soll ich die töten? Komm, was soll's? Ich brat die mal schnell. Dö, dö, dö. So, hier ist auch nichts weiter. Wir brauchen ganz dringend einen Shop, Leute. Oder nochmal irgendeine Secret... Eine Secret Wand. Okay, ich muss jetzt hier sowieso wieder alle Gegner töten. Jawoll. Uh, 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 sehr gut. Äh, Frage ist... Ja... Ich lass es erstmal hier liegen, glaub ich. Okay. 40 Rubine. Ja, jetzt müsste langsam mal der Shop kommen. Der... Ja. Mir nix bringt. Es gibt ja noch zwei Pepsi. Die mir halt auch nix bringen. Ich brauch einen Bogen, Leute. Ich glaube, wir können den Run gleich neu starten. Wenn jetzt hier nicht irgendwo noch ein Shop kommt. Ja, der Herzcontainer bringt mir leider auch nicht sehr viel. Ich mein, nice to have, aber... Das war's halt auch. Okay, wir kriegen hier nochmal drei Schatzkisten. Das ist sehr geil. Kann ich zwar gerade nicht tragen. Da ist der Bogen. Okay, cool. Ähm, jetzt müssen wir ein bisschen umrüsten. Also das use ich. So viel ist klar. So, das nehm ich mit. Auch logisch. Ähm... Das use ich. Ich will, glaube ich, gleich nochmal wiederkommen. Erstmal gucken. Hier kriegen wir noch ein bisschen Geld. Okay. Das nehm ich mit. Ähm... Wollen wir den Herzcontainer kaufen? Ich mach das mal. Okay, da muss ich sowieso alle umbringen. Kommt mal alle zu mir, liebe Leute. Ah, shit. Okay, da kann ich aber den Bogen verwenden. Zack. Ähm... Hier gibt's nix zum... Ne, hier gibt's nix zum Schieben. Okay. Wir haben halt drüben noch zwei Pepsis liegen. Ich glaube, die würde ich gerne mitnehmen. So. Okay, das war auch nix. Dü, 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 dü. Ich guck mal ganz kurz, wo ist denn... Okay, hier muss ich auf jeden Fall nochmal ordentlich was wegkürzeln. Ja. Sehr gut. Hier hau ich mal den Krug weg. Und den kann ich auch noch mit dem Krug weghauen. Ohne Momento. Oh, zack. Okay, da krieg ich mal 20 Pepsis. Nice. Hier oben ist nix weiter. Dü, 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 dü. Okay, den kann ich auf jeden Fall auch... Ja. Mit dem Krug weghauen. Zack. Okay, haben wir nochmal ein bisschen Damage bekommen, leider. So, die Dinger kann ich nicht mitnehmen. Und hier ist auch nochmal ordentlich was los. Und hier krieg ich meinen Schlüssel. Okay, es leben noch zwei Ratten. Ich krieg hier ein Herzchen. Ähm, okay. Ich werd mir mal eben noch die Pepsi holen, ja. Die Doppel Pepsi. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das am dümmsten anstellen. Also, ich bin ein guter Dinge, dass wir das vielleicht irgendwie auf die Ketten kriegen. Äh, wo war denn die Pepsi? Pepsi. Da, so zwei davon. Okay. Wir haben 260 Rubine. Wär geil, wenn wir die irgendwie mit durchführen könnten. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler war. Ein Fehler war die ganzen... Oh Gott. So, das war der. Zack. Da haben wir was aufgemacht. Zack, zack, zack. Ist das hier eine brüchige Wand? Ne, das kann nicht sein. Ähm, ob es ein Fehler war, die ganzen Orbs zu verballern. Weil eigentlich hätte ich die bestimmt noch brauchen können. Okay, die haben auch gar nichts weiter getroppt. Oh. Ja. Warte mal. Das lege ich mal kurz hier hin. Ich hole mal den anderen Stein. Er hat zwar keine Ahnung, was ich bekomme. Aber ganz ehrlich, ich schmeiße jetzt einfach beides jetzt da rein. Und hoffe, dass wir irgendwas brauchbares bekommen. Mir eigentlich wurscht, was es ist. Hauptsache, es ist weg. Damit wir ein bisschen Platz haben. So. Bam, 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 bam. Gucken wir mal. Oh, Ring of Bombs. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Für den Boss. Oder? Kann man doch machen. Cool. Bam, bam, bam. Gut, weiter geht's. Und da geht's direkt zum Boss. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir vielleicht was ausrichten können. Ba, ba, bam. Okay. Das war schon mal sehr gut. Bam, ba, ba, bam. Okay, das war sehr, sehr gut. Okay, das war sehr, sehr gut. Okay, das war schon mal sehr gut. Okay. So. Wie hat der das gemacht? Oder geht das nicht mehr? Scheinbar sind Pfeile nicht mehr wirksam gegen den. Okay, wir haben geschafft. Aber scheinbar geht das nicht mehr mit Pfeilen, oder? Wolltet das irgendwie gepatcht, dass es nicht mehr geht? Vielleicht war das ein altes Video, was ich gesehen habe. Also Pfeile scheinen nichts zu bringen gegen den. Aber hoffe ich mal, dass Pfeile gegen die anderen Bosse was bringt. Das wäre sonst schade, wenn das nicht funktioniert. So. Ich meine, wir haben zwar jetzt den Ring, aber... Viel haben wir jetzt nicht, ne? Wir haben jetzt 23 Pfeile. Die habe ich halt jetzt auch sinnlos verballert, eher oder mehr oder weniger. Okay, das ist eine neue Musik, by the way. Eine sehr mystische. Ich habe die noch nicht gehört. Oh Gott. Ist auf jeden Fall sehr leise. I guess. Okay, ich muss alle Gegner töten. Das ist leider das Doofe. Okay, Türen sind alle auf. Hier gibt es sofort den nächsten Feenbrunnen. Äh, uh. Pompentasche. An sich cool, aber... Ich meine, wir sparen halt Platz, ne? Boah, die fressen viele Pfeile. Okay, also die Musik hier ist sehr, sehr leise. In Etage. Vier. Aber hört sich... Okay an, auf jeden Fall. So. Weil wir gucken mal hier eben durch. Oh, Kacke. Äh. Vor allem das muss ich jetzt auch mit einem Pfeil anschießen. Das ist ja auch doof. Okay, Ring of Health. Ja. Ich bin, ich bin aktuell wirklich eher so dabei, dass ich... Okay, jetzt habe ich das Upgrade für den Bogen bekommen. Ja, ist nicht schlecht. Ähm. Aber ich bin halt ehrlich gesagt wirklich gerade so dabei und möchte eher... Ein bisschen sparsam sein. Was das angeht. Ich glaube, die Musik hier müsste ich dann mal ein bisschen lauter drehen. Also hier war ich auch noch nicht. So. Da geht's wieder zurück. Okay, Zombies. Da ist eine sprengbare Wand, auf jeden Fall. So, warte mal. Das kann ich mal eben ausnutzen. Kommt ihr her? Yes, man. So, da kriege ich noch ein paar Herzchen. Aha. Geh weg. So, was haben wir denn hier? Ah. Ah. Okay. Äh. Was kann ich mir daraus holen? Aus einem grünen und aus einem... Da kann ich mir Mana holen. Okay. Ich würde das, glaube ich, machen. Ich würde das mal kurz reinvestieren in das hier. Weil oben haben wir ja, ähm, wie gesagt, diesen Brunnen. Würde mal ganz kurz den Ring hier liegen lassen. Und nehme das so mit. Shit. Äh. Äh. So. Dann gehe ich mal kurz den Weg zurück. Ne, und reinvestiere das Zeug hier. Ich glaube, das ist gut, wenn wir das erstmal so machen. Damit wir mehr Sprengstoff haben. So, und Jus. Rein damit. Mana. Gib mir Mana. So. Und das würde ich mir gleich reinhauen. Und würde mir dann mit dem Ring nochmal mehr Bomben holen. Oder ich würde es erstmal so lassen. Eine Bombe würde ich mir, glaube ich, holen. So. Ansonsten hier haben wir erstmal nichts weiter. So, einmal. Hol ich mir. Und dann müsste ich jetzt mal wieder Bomben aus. So. Okay. Ah. Oh Mann. Ich kriege gerade ganz schnell aufs Maul. So. Wir hauen wieder ab hier. Okay. Wir waren aber noch gar nicht drin. Ah. Und weiter geht's. So. Hier müssen wir lang, ne? Bam, bam. Ah. Wir haben noch nicht so viel Zeug bekommen, ne? Weder Rüstung noch andere Sachen. So. Geisti. Bam, bam, bam. Okay. Wir müssen jetzt irgendwo hin, wo es eine Schlüsseltür gibt. Gab's die hier? Ne. Wo waren die Schlüsseltür? Die muss ja irgendwo hier in der Nähe gewesen sein, die Schlüsseltür. De, de. Schab's nur leider gar nicht mehr auf dem Tacho, wo die Tür war. Wie es aussieht hier gar nicht. Hm. Okay. Hier waren ganz viele Geister. Da unten war auch nichts weiter, oder? Ne. Da haben wir nur den Schalter umgedreht. Hier können wir uns wie gesagt, aua scheiße, den Ring kaufen. Hier ist auch nichts. Äh. Wo war die Schlüsseltür? Okay, warte. Ich geh nochmal den Weg zurück. Also hier in der rechten, in den rechten Abteil war jetzt gar nichts weiter. Wir brauchen ganz dringend neue Pfeile, Leute. Vielleicht doch hier direkt hoch? Oder was war hier? Nö, ist auch nichts. Hier kann ich mir die Bombentasche theoretisch halt kaufen, aber... Will ich halt auch nicht machen. Ich will halt sparen, ne? Auf was geiles. Ah, okay. Aber hier bräuchte ich theoretisch noch einen Schlüssel. Hab ich irgendwo einen Schlüssel verpasst? Muss ich irgendwo noch Gegner töten? Oh, da ist er hier. Nö. Scheiße, mir fehlt noch ein Schlüssel. Ähm, geht's hier noch irgendwie noch? Ah, es geht noch nach unten. Okay. Hier waren wir noch nicht. Hm, 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 hm. Oh, ne. Oh, Gott. Ah, du Penner. So. Hilfe. Okay, warte mal. Erstmal wieder eine Bombe. Das konsumier ich mal. Und hier lege ich mir tatsächlich mal eine Bombe kurz hin. He, he, he. So, okay. Äh, nach unten. Okay, da ist der zweite Schlüssel. Wir sind wieder full life. Sehr, sehr schön. Hm, 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 hm. Na? Okay, wo geht's hier noch lang? In einen Ort, an dem ich nicht sein möchte. Kommen wir hier hin. Okay, im Endeffekt ist das nur ein Rückweg gewesen, ne? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Einfach in die Starren gelatscht. So, okay. Es geht weiter, Leute. Es geht weiter. Oh, Gott. Schatzkisten. Okay, lecker, yummy. Kastel brauche ich auch nicht. Okay, ich wollte das eigentlich nicht essen, aber... Ah, ja. So, zack. Okay. Und tschüss. So, ich hau die mal kurz weg hier, die Typis, ne? Da freuen die sich. Die mögen Explosionen. So. Ich musste eh alle töten. Da war das sogar keine schlechte Investition hier. So. Und hier geht's weiter ins nächste Geschoss. Okay. Ah, wir haben nicht ganz so viel Glück. Also, hm. Ich meine, der Ring auf Bomben, der ist schon geil. Hier kann ich halt mit dem Schwert nichts machen, ne? Ah, ich kann das einfach... Oh, cool. Ich kann das mit dem Feuer einfach kaputt machen. Interessant. Okay, gut zu wissen. Und hier haben wir sehr viele Krüge. Hier muss ich halt nur aufpassen, dass die mir nichts klauen. Oh, schön. Lohnt sich doch doch bestimmt hier so ein Böhmchen hinlegen, oder? Okay, wir gehen mal kurz nach unten. Okay, es würde da unten weitergehen. Es würde. Aber ich gehe mal kurz nach oben. Okay, hier brauche ich sowieso... Ja, okay. Hier brauche ich sowieso die... Den blauen Schalter erst. Da-dem-dem-dem-dem. Aber hier, guck mal. Hier könnte was sein. Yes, man. Komm schon. Zwei Schatzkisten. Okay, zumindest ein Getrank. Und Money. Ich meine, wir müssen nur auf Etage 3 kommen. Da können wir uns nochmal ein bisschen besser ausrüsten. Was das alles angeht, ne? Da können wir... Ich glaube, da würde ich tatsächlich mal einen Enterhaken oder einen Bumerang oder so nehmen. Da würde sich das wirklich mal richtig lohnen. So, ich werfe die da einfach nicht rein. Wie? Hä? Hat sich gerade einfach gar nicht umgedreht. Oh, Mann. Hilfe. Okay, ich... Ah, Scheiße. Ich reinvestiere nochmal in Bomben. Scheiße. Okay, wir haben das Ding hier oben umgedreht, ne? Das heißt, wir können jetzt erstmal hier durchlatschen. Warte mal. Hier wird wahrscheinlich nichts drin sein. Aber zur Sicherheit. Ähm. Da geht's weiter. Da geht's auch weiter. Okay, wir gehen weiter nach oben erstmal. Da ist ne Fee. Äh, wollen wir die schon nehmen? Ja, komm. Wir nehmen sie schon mit. Mario, schnapp dir die Fee. Warum springst du eigentlich nicht auf die Gegner, Mario? Das kannst du doch so gut. Hm. Okay, ich muss alle Gegner töten. Das heißt, ich brauche ein bisschen Glück. Oh, Mann. Und ich trottel, verhaue auch noch die ganzen Blöcke. Sehr schön. Warte, ich komme hier durch. Ne. Wenn's geht, würde ich halt Pfeile sparen, gerne. Okay, das war der. Nein, geh nicht weg. Ah, Gott sei Dank. Und... Okay, hier rennt er jetzt mal los. Sehr schön. Okay. Wir investieren wieder ein bisschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guck mal, dem kann ich die Hälfte meines Lebens oder so geben. Drei Viertel. Und dann kriege ich Geld. Noch würde ich das nicht machen, glaube ich. Vielleicht später. Ah, warte mal. Ich muss da irgendwas machen. Ich kriege bestimmt von irgendeinem Gegner da drüben, kriege ich Geld. Äh, kriege ich Geld. Kriege ich, äh... Ein Key. Das heißt, ich muss hier die Gegner töten. Kacke, das wird doch nix. Oh, Pfeile. Das ist auch gut. Und jetzt muss ich mal ein bisschen... Shit, ich hab nichts getroffen. Okay, der hat einen Schlüssel gehabt. Ich weiß nicht, soll ich? Komm, wir machen es einfach mal. Wir gehen auf alles. 100 Rubine. Use. Okay, wir haben jetzt noch zwei Pfeile. Wir müssen irgendwie... Müssen wir klarkommen, Leute. Irgendwie. Wenn wir auf die nächste Etage kommen, haben wir es, glaube ich... Ah, halb gewuppt. Ah. Ah. Ich glaube, ich nehm beides mit. Ja, ich glaube, ich nehm beides mit. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen, dass wir irgendwann mal einen Schlüssel benutzen können, wenn wir vielleicht gerade nicht weiter können. Weil es wird hier ein sehr seltsamer Rush werden. Da bin ich mir relativ sicher. Ah, geil. Inventory Level 2. Das ist auch schön. Da müssen wir dann nicht so sinnlos viel Geld ausgeben später. Okay, wir müssen nur noch irgendwie Etage 2 erreichen, Leute. Warum ist das hier so dunkel? Ne, 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 ne. Okay. Ah, da ist der nächste Schlüssel. Sehr schön. Mehr ist hier auch gar nicht. Okay. Ja, okay. Da geh ich doch mit. Leute, bis jetzt läuft es gar nicht mehr so schlecht, ne? Es geht. So, wir könnten jetzt da oben direkt durch. Oder? Uh. Ja, auf jeden Fall. Alter, beide Steine. Die sind mega gut, oder? Warte mal aus Blau und Dings kann man... Oh, da können wir uns diese krasse Schatzkiste holen. Das ist geil für den Run. Okay, jetzt müssen wir nur ins Dorf kommen. So weit kann das doch gar nicht mehr sein, oder? Bis zum Dorf. Ah, okay. Hier ist auf jeden Fall nichts zu holen. Da geht es direkt weiter. Dann geht das nochmal nach links. Ah. Oh, da geht es direkt in die nächste Etage, Leute. Wir können uns hier nochmal einen Herzcontainer holen, aber wollen wir das? Oder wollen wir lieber unser Geld in Equipment stecken? Ich meine, ein Herzcontainer ist jetzt nicht so krass viel wert, aber es ist jetzt auch eine Heilung. Schwierig. Wartet mal. Ich gucke erst mal kurz, was noch unten ist. Oh Gott, das war ein Fehler, hierher zu kommen. Das war ein Fehler, hierher zu kommen. Okay. Oh nein. Okay, okay, okay. Eine Bombe. Diese Bombe muss treffen, sonst bin ich gefangen. Oh. Ich habe jetzt keine Items mehr, ne? Mit denen ich gerade Schaden zufügen kann. Ich meine, es sind 65 Rubine. Wer weiß, vielleicht rettet es mich irgendwann mal. Es war auf jeden Fall ein Fehler, jetzt nach unten zu gehen. Dadurch habe ich jetzt Materialien verschwendet. So, Leute, wir sind im Dorf angekommen. Sehr, sehr gut. Und ich hoffe, wir bekommen hier ein bisschen Stuff. Bombenpfeile. Vielleicht noch einen Stab oder so. Ich würde alles mitnehmen. War echt ein Fehler, jetzt nochmal nach unten zu gehen. Dadurch haben wir eher Sachen verloren, als etwas gewonnen. Das hätte halt auch jetzt richtig in die Hose gehen können, ne? Das hätte es auch gewesen sein können. So. Gar nichts in den Krügen. Männö. So. Okay. Leute, seid ihr bereit? Ich bin es auf jeden Fall. Ich habe richtig Bock, jetzt mich schön auszustatten. Für einen Swordless Run. So, wenn man jetzt hier an der Stelle, glaube ich, angekommen ist, mit so einer Anzahl an Rubinen. Kann man, glaube ich, sagen... Geil. Denke ich. Kann man machen. So, gucken wir mal, was wir hier machen können. Ähm. Also, das hier ist sehr, sehr geil. Die Kette. Das ist auch cool. Aber es gibt jetzt nichts, wo ich sagen würde. Vielleicht den... Die zwei vielleicht. Da könnte man drüber nachdenken. Wie sieht es hier so aus? Ähm. Ja, Pfeile werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Für 20 Rubine. Ich denke, den großen Köcher werde ich mir auch schnabulieren. Und eins von den beiden. Äh. Ich denke... Ich denke, den Enterhaken werde ich mir nehmen. Dann. Dann, dann, dann. Okay. Aber erst mal gucken. Was können wir hier noch kaufen? Hier könnten wir uns den Sack noch kaufen. Ich kann mir hier gar keinen Relikt-Sack kaufen. Das ist merkwürdig. Das wäre auch... Das wäre auch ein Gedankenwert, ne? Das Ding zu kaufen. Da könnte ich einfach durchrushen. Das wäre auch eine Idee. Okay. Wir holen uns erst mal alles an Geld, was geht, ne? Hm, hm. So, da fangen wir an mit dem Buch. Da haben wir eine Bombe. Das heißt, wir können theoretisch auch gleich hier unten den Weg uns freisprengen. Ich bin gespannt, wie weit wir hier kommen, Leute. Ich bin echt gespannt. Wir haben auf jeden Fall einen relativ guten Start. Ich kriege mal nochmal ein bisschen Bonus-Money. Sehr schön. So, zack. Düm, düm. Hi. Wir haben auch gar keinen Mana, ne? Wir sollten erst mal gucken, dass wir irgendwo noch Mana bekommen, damit wir die... Die Quest überhaupt ausführen können. Sonst wird das auch schon wieder ganz spannend werden hier. D-d-d-d. Okay. Jawohl. Vier Bomben. Da freue ich mich. D-d-d-d-d-d-d-d. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen noch ein Ei. Was meint ihr? Das wäre doch der Hammer. Und Rubine. D-d-d-d-d. So, es dauert heute alles mal ein bisschen länger, Leute. Ich habe halt kein Schwert. So, dann einmal hier rein. Nochmal 80 Rubine. Sehr schön. Ja, Rubine. Ich glaube, Rubine sind gerade so das, was ich mit am meisten fühle. Oder halt Pfeile. Sonst bekommen wir immer Pfeile hier irgendwo. Diesmal halt gar nicht, ne? Wahnsinn. Herzchen. Ah. Trau mal alles nett. Ja, Mana. Gebt mir ein bisschen Mana, Leute. Sehr schön. Goldenes Ei vielleicht, Leute? Ah, was sagt er? Gar nichts. Ah. Okay, aber 20 Rubine. Yo. Die nehmen wir mit. Ja, es gibt es ja nicht. Tatsächlich ein goldenes. Ja, dann rein damit gleich. 200 Rubine und Pfeile. Und ne Mana Potion. Ja, geil. Leute, es läuft. So, die gönne ich mir gleich mal. He, he, he. Geil. Ah, schön. Schön, 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 schön. Ja, ich glaube, bei so nem Run, bei so ner Challenge braucht man auch ein bisschen Luck. Jetzt ist die Frage. Ich glaube, ich hole mir das, ne? Geheimnisse ist, glaube ich, das, was man wirklich am meisten hier braucht. Deswegen, ich werde das hier gleich reinschmeißen. Also wir bekommen quasi diese Schatzkiste, ne? Womit, äh, also dieses Armband, womit wir Schätze aufspüren können, beziehungsweise geheime Wände. Und das ist, glaube ich, das Beste, was wir uns hier holen können, in diesem Run. Ist genauso wie der Run, wo du keine Shops hast. Da zählt das, glaube ich, auch mit am meisten gut rein. Okay, wir geben erst mal schnell den Brief ab, würde ich sagen. Der war hier, ne? Ne, war er nicht. All der Zeit vergesse ich trotzdem immer noch, wo der Brief war. Immer noch lustig. So, hier war der Brief. Das heißt, wir kriegen jetzt auch nochmal Knete. Also wir kommen auf jeden Fall easy über 1000 Rubine, denke ich, oder? Boah, 225 kriegen wir auch noch. Schön. Schön, schön, schön. Leute, ich bin begeistert. Wir haben jetzt schon 900 Rubine. Easy über 1300, sage ich. Oh, ja. So, dann können wir hier nochmal schnell Knete holen. So, in der Kiste da waren wir auch noch nicht. Ach, ist das schön, Leute. Okay, da kriegen wir noch so einen Teil. Ja. Nehme ich auch gerne mit. Noch ein bisschen Mana. Nice, nice, nice. So, hier nehmen wir mal eben das Buch gegen den Spiel. Hier nochmal ein bisschen Money. Alter, wie viel Knete. Das ist der Wahnsinn. Okay, was haben wir hier? Oh, ah, what the... Alter. Hier kriegst du jetzt richtig Knete hin, der ja geschmissen. Okay, vielleicht kommen wir sogar über 15. Ich kann mir alles kaufen, Leute. Ich werde mich so krass vorbereiten. Wahnsinn. 1200 Rubine. Und ich war noch nicht mal in der Schatzkammer. Heilige Scheiße. Oh Gott. Ich meine, wir können jetzt hier noch in den Wasser fallen, ne? Da gibt's ja auch nochmal Knete. Alter. Ja, ich glaub, wir kommen easy über 15. Holy moly. Das wird richtig krass. Das wird richtig krass. Okay. Dann tauschen wir hier mal den Pilz ein. Krass. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so eskaliert hier. Ich hab gedacht, ja, sind ganz ordentlich. Kommen hier in einer relativ guten, ähm, Verfassung her, sag ich mal. Aber, aber dass es jetzt so wird, hätte ich nicht gedacht. So, ähm, kann ich mir doch noch ein bisschen was kaufen auf Vorrat. Äh, Quatsch. Das wird sehr, sehr interessant. Ich glaub, den großen Köcher kaufe ich mir auch. Das wird alles sehr, sehr cool. Und ein paar Stäbe vielleicht noch. Müssen wir mal gucken. Mal gucken, wie wir am besten investieren. Wir gucken erstmal, wie viel Geld wir jetzt rausbekommen. Das ist, glaub ich, erstmal das Wichtigste an der Sache. So. Einmal bitte Jusen hier. Ja. So, da ist er wieder, unser, unser King. So, da haben wir den Schlüssel. Da, 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 da. Dü, 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 und rein da. So. Alter. Jo. 1700 Rubine, Leute. Haha. Verdammt. Ich glaub, so viel Geld hatte ich noch nie hier drin, oder? So. Jetzt ist die Frage. Was gönnen wir uns? Was gönnen wir uns? Wir haben schon sehr, sehr schöne Sachen bekommen jetzt. Also ich glaube, ich würde keinen Ring mehr kaufen, womit ich irgendwie Mana verschwende. Ähm. Würde, glaub ich, auch eher in sowas hier investieren. Und vielleicht noch in sowas. Da kann ich mich gleichzeitig noch heilen. Boah, aber ich glaub, ich hab, ich werde Platzprobleme haben. So, warte mal. Ich kaufe mir auf jeden Fall erstmal die größere Tasche noch. Ich glaube, das ist, das ist eine gute Idee. Dann haben wir das Problem, den ich schon mal gelöst. Guck mal, da haben wir richtig viel Platz jetzt. So, der Schlüssel. Das ist eigentlich, ah, ne geile Idee, oder? Okay, hier kriegen wir nochmal Mana. Das ist okay. Die Lampe. Herzcontainer. Warte mal, ich kaufe mir jetzt erstmal Rüstung. Ein Schild haben wir noch gar nicht. Schild ist auf jeden Fall überlebenswichtig. Der kostet auch nix. Die Pfeile hole ich mir. Ich werde mir auch den Köcher kaufen. Genauso wie das Ding. Und die Handschuhe. Ne, warte mal, die Handschuhe waren dumm. Die Handschuhe waren dumm, weil ich hab ja eh keine Angriffskraft. Okay, das war dumm. Da hab ich nicht drüber nachgedacht. Okay, Handschuhe sind dumm. Da hab ich nicht drüber nachgedacht. Kacke. Okay, ich würde sagen, der Enterhaken ist billiger. Deswegen kaufe ich mir den. Da können wir jetzt immer schön kleine Gegner mit töten. Das ist doch ne Idee, oder? So. Wir könnten uns noch die zwei Dinger kaufen. Dann hätten wir ne Karte. Also ich kaufe mir auf jeden Fall das noch. Ja, 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 ja. So. Und das hier kaufe ich mir auch. Das ist einfach auch zu geil. Ich glaube, das reicht aber. Herzcontainer vielleicht noch? Dann den hier würde ich mir noch mitnehmen, weil den haben wir doppelt. Und dann würde ich mir vielleicht noch ein blaues Elixier kaufen. Ja, das war dumm von mir. Ich kaufe mir die zwei, weil die stacken halt. Und Mana ist wichtig. Und ein blaues Elixier. So. Und ich glaube, wenn wir mit 300 Rubinen jetzt weitergehen, sind wir ganz gut ausgestattet. Und das hier ist ja, wie gesagt, ja, das war dumm von mir. Den hätte ich nicht upgraden müssen. Da hätte ich jetzt noch 100 Rubinen mehr gehabt. Das war doof von mir. Egal. Gut, Leute. Da bin ich zufrieden mit. Nur bei den Handschuhen habe ich nicht nachgedacht. Das war der einzige Fehler, den ich hatte. Okay, bin gespannt. 28 Pfeile Hammer. Und hier kriegen wir direkt eine Schatzkiste. Es ist jetzt auch scheißegal, ob das eine Falle wäre. So, gucken wir mal, was jetzt hier so passiert. Oh, kacke. Hier ist gar nichts los. Oh. Yes, man. Einfach ohne Schwert. Sehr interessant. Okay, cool. Kriegen wir noch ein kleines Getränk. Sehr schön. Und dann gehen wir einfach mal nach oben. Oh, kacke. Das war mies. Machen wir Schaden? Bei denen machen wir keinen Schaden, ne? Okay. Die kleinen popel ich mal eben weg. Und hier würde ich tatsächlich mal so machen. Aber auch nur, wenn wir müssen. Ah. Oh, ist das nervig. Wahnsinn. So, hier haben wir nochmal 60 Rubine. Und das hier kann ich doch bestimmt jetzt auch mit dem Enderhaken aktivieren, oder? Sehr schön. Zack, zack. Und hier gehen wir nach rechts. Okay, wir kriegen hier einen Ring. Den brauche ich nicht. Aber ich würde hier vielleicht mal kurz den machen. Okay, irgendwas haben wir getroffen. Ah, ich brauche mir ja den hier wieder. Ah. Oh, zack. Geht alle weg. Ich hasse euch. Verschwindet. Oh. Ah. Oh je. Oh, ich muss die sowieso alle töten. Okay. Na dann. Hol ich mir auch mal ein bisschen Leben. So, und hier noch einmal Rubine. Die bringen halt nicht so viel Geld. Ist eigentlich blöd, dass die nicht als kleine Gegner zählen. Okay, hier ist nichts weiter los. Hier oben war ja nichts, ne? Nö. Tadüm. Oh, geil. Hier gibt es ein Secret, Leute. Muss ja theoretisch hier unten sein. Muss. So. Geilo. Das hätte ich nicht entdeckt. Okay, wir kriegen einmal 30%. 60 Rubine. Und nochmal vier von den Dingern. Okay. Ähm. Was mache ich? Ich mache Use und Use das. So. Und dann. Hä? Achso, das war dumm. Das war dumm von mir. Ähm. Na gut. Dann behalten wir das mal eben so. Ich gehe einfach mal damit weiter. Ist, glaube ich, auch nicht schlecht hier so. Zack. Einfach mal rein. Sind die jetzt eigentlich tot? Ach, kann ich gar nicht sehen. Schade. So, wir gehen weiter. Wir haben einen Schlüssel bekommen. Hier oben waren wir noch nicht. Okay, wir haben was umgedreht. Was ist denn, wenn ich so mache? Okay, die bringen auch nicht viel Geld. Hm. Na dann. Aber die bringt, die bringt Knete ein bisschen. Zack. Der bringt bestimmt, oh kacke, vergeudiges Geld. Der bringt auch ein bisschen Knete. Okay, Bomben. Dö, 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 dö. Sehr schön. Ich muss die alle umbringen, ne? Scheiße. Äh. Okay, ein bisschen Schaden gemacht. Dann würde ich, glaube ich, hier einfach mal mit dem Bogen reinballern. Einfach eiskalt ausgewichen. Dö, dö. So, den stun nochmal. Und geben dem Böhmchen. Tschö. Ja, solche Räume sind echt mies. Okay, wir gehen mal wieder ein bisschen auf Geld. Und den würde ich auf jeden Fall wegballern. Hier würde ich mal eine Bombe legen. Na, die halten was aus hier. So. Das ist die Key. Und hier reinvestiere ich mal kurz in ein paar Bomben. Ähm. Dann brüchelt mal wieder ein bisschen Heilung. Okay, hier wieder vorsichtig. Zack. Die bringt, glaube ich, auch ein bisschen Knete, ne? Ja, ein bisschen zumindest. Okay. Ich habe jetzt zwei Schlüssel bekommen, ne? Das heißt, wir gehen jetzt hier unten weiter. Ja, die bringen ein bisschen Knete. Das ist auf jeden Fall okay. Der bringt auch Knete. Auch wenn nicht so viele, wie ich gerne hätte. So. Hier gehe ich einfach mal weiter. Genauso wie hier. Aha, schöne Pfeile. Nice. Herzchen. Und weiter geht's. Warte mal, die kann ich noch töten. Uh, da kann ich wieder einkaufen gehen. Vielleicht geben die noch irgendwas. Leider nicht. Boah, guck mal. Hier kann ich erstmal das Ding verwenden. Da kriege ich nochmal 30%. Mehr Rüstung. Und hier spare ich einen Bombenplatz. Geil. Geil, 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 geil. Leute, ich brauche doch das Ding da oben. Unbedingt. So. Schön. Äh. Ich kann auch einfach durch die durchlaufen. Läufen, wenn ich die gestunt habe. Das ist sehr interessant. Aber ich muss die tatsächlich alle besitzen. So. Bogen. Okay. Und dann... Ja, Herzchen brauchen wir eigentlich gerade nicht. Ich glaube, ich mache mal mit einer Bombe. Die Crappe noch. Die Crappe. Baba. Und Tschüss. Boah. Hält die was aus? So. Okay. Türen sind wieder offen. Also das sind halt die schlimmsten Räume, wo ich die Gegner zwanghaft töten muss. Das ist nicht geil. So. Ich hoffe, wir kriegen bald mal so ein Ding, wo wir unsere Stäbe aufladen können. Das wäre ganz nice. Okay. Äh. Gehen wir erstmal nach oben. Okay. Da können wir uns heilen später. Nice to know. Nice to have. Aber aktuell. I don't need it. Und tschüss. Okay. Nice. Ähm. Bombe. Ah. Ich glaube, ich versuche hier ohne durchzukommen. Okay. Einfach durch. Los. Einfach durch. So. Naja. Hier muss ich wieder alles töten. Ne. Muss ich nicht. Hä? Okay. Ich muss nur die Fackel anzünden. Alles klar. Secret room. Leute. Wo ist er? Okay. Ich denke, er muss da drüben sein. Logisch. Er muss hier sein. So. Ich reinvestiere. Und, äh. Gehe wieder da drauf. So. Ba-bam. Okay. Komm. Sehr schön. 30 Pfeile. Sehr, sehr gut. Wir können ein paar Pfeile verschießen auf jeden Fall. Aber immer sparsam bleiben. Das ist das Wichtigste bei der Sache. Aber. So. Zack. Stun. Und weiter geht's. Yes. Oh, yes. Platz sparen. Sehr, sehr gut. Das Ding reinhauen. Blaues Elixier hab ich ja auch noch notfalls. Und ich würde mal hier rein. Ah. Das kostet leider echt viel, ne? Mhm. Ja. Aber. Ich denke, es lohnt sich. Ah. Hier geht's ja schon in den Bossraum. Kacke. So. Ich hoffe, ich kann den mit dem Bogen angreifen. Ich hab echt viele Pfeile. Boah. Bitte lass das. Bitte lass das wirken. Okay. Geil. Hier funktionieren Pfeile. Wow. Wow. Pa, 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 pa. Wow. Wow. Sehr schön. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Wow. Wow. Die halten auch echt was aus, ne? Okay. Scheiße. Pfeile verschossen. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Geil. Okay, wir haben noch 20 Pfeile. Okay, die fressen aber echt viele Pfeile, muss man sagen, ne? Das muss man echt dazu sagen. Ba, ba, bam. Okay, Leute. Geil. Geil, geil, geil. Es läuft. Wir müssen die Pfeile wirklich aufheben für die Bossfights. Da müssen wir echt aufpassen. Geil. Den haben wir auch bezwungen. Auf in die nächste Etage. Oh, ich bin happy. Ich bin happy, Leute. So. Jetzt haben wir hier wieder die relativ leise Musik. Und wir kriegen ein paar Bomben in der Gäste. Sehr schön. Aber ist das Metroid Prime? Das ändert mich irgendwie so ein bisschen daran. Äh, okay. Hier würde ich, glaube ich... Achso, warte mal. Hier kann ich den benutzen. Okay. 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 Hier kann ich Herzchen mir nochmal holen später. Ah, die kann man auch damit besiegen. Sehr gut. Nice to know. Ah, und die kann ich... Die kann ich stunnen. Okay. Wir haben gerade sehr viele Bomben. Deswegen... Zack. Hm, okay. Hm, hm, hm. Hm. Oh Gott. Was ist das denn schon wieder für ein ekelhafter Raum? Oh ja, Rubine. Hm, hm, hm. So. Hm. Okay, aber der Raum ist cool. Die kann ich alle so besiegen. Guck mal. Zack, zack, zack. Und ich einfach durchflame. Nice. Ja, war, glaube ich, eine gute Investition in den Enterhaken. Auch wenn der echt teuer war. Aber ich denke, so als Alternativwaffe ist der immer ganz nützlich. So, ich habe immer noch einen Schlüssel, ne? Hier. Könnte ich theoretisch jetzt einfach weitergehen. Aber machen wir nicht. Hm, ja, warte mal. Wir haben unten noch einen Raum. Da möchte ich nochmal kurz reingucken. Ich hätte gerne noch einen besseren Schild, Leute. Damit ich auch Feuerangriffe abwehren kann. Aber. Na. Okay, da geht's auch weiter. Und eine Schatzkiste mit... Na, Map. Okay, schön. Da sehen wir nochmal, was hier so abgeht. Oh. Okay, das, den können wir schon mal aktivieren. Können wir hier noch irgendwie weitergehen? Kann man... Ah, guck mal da. Ja, ich habe es gesehen. Da kommt eine Schatzkiste, Leute. Hehehe, ich habe es gesehen. Geil. Ah, der lässt auch nochmal 10 Rubine fallen. Nice, dankeschön. Tschüss. Ich gehe. Das hat sich doch gelohnt. Das hat sich richtig gelohnt, Leute, hier rein. Zu investieren in diesen Raum. Hä? Oh, Mann. Zum Glück habe ich schon eine relativ hohe Rüstung. So. Ja, ich glaube, für den letzten Dungeon, also für die letzte Ebene, werde ich da auf jeden Fall nochmal... Werde ich froh sein, wenn wir das haben. Den Schlüssel. Wenn ich den da einfach benutzen kann, vielleicht. Ich glaube, da werde ich rein investieren. Und das hier werde ich mal usen, Leute. Einfach damit wir ein bisschen Platz im Inventar haben. Ja, sehr schön. Hier nochmal ein bisschen Geld. Für den nächsten Shop. So, und ansonsten... Gehen wir nach links weiter, ne? So. Wenn die gestunt sind, kann ich einfach zurücklaufen. Das ist sehr angenehm. Und da gibt es den Schlüssel. Also, ich bin guter Dinge. Es läuft bis jetzt sehr, sehr gut, Leute. Das einzige, was wir uns halt hätte noch kaufen können, statt den Handschuhen, die ich ja sinnloserweise gekauft habe, wäre vielleicht der bessere Schlüssel gewesen. Da hätte ich vielleicht rein investieren sollen. Aber hey, egal. Aua. Mist. Oh ja, Pfeine, sehr schön. Die müssen wir auf jeden Fall schon wieder sammeln. Okay, Rappen. Die kann ich aber weghauen. Das ist nice. Und da unten ist aber auch noch ein Raum. Da würde ich gerne nochmal reingucken. Ah, ich hasse diese Fieger. Oh, das ist sehr, sehr gut. Das gönne ich mir. Halber Magieverbrauch, Leute. Oder? Das ist doch das. Ja. Ne, nicht halber, sondern 25% weniger Magieverbrauch. Das ist sehr, sehr gut für uns jetzt hier. Da wir sehr, sehr viele Magie-Items benutzen aktuell. So. Weiter geht's. Ah, okay. Düdülü. So. Wir können nochmal hier... Ne, das gibt keinen Sinn. Äh, warte mal. Können wir hier irgendwas verschieben? Ne. Ne, kann man nicht. Okay. Zack, zack. Ja, Mann. Sehr nice. Ah. Ja, ein Pfeil nehmen wir natürlich auch mit. Ja, die Gegner hätte ich jetzt wahrscheinlich, wenn ich keinen Bogen gehabt hätte, hätte ich die alle ausgelassen, ne? Okay, hier ist nix weiter. Hm. Stun. 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 Durchlaufen. Ich hoffe, ich muss hier nicht alle töten. Doch, ich muss alle töten. Scheiße. Okay, das schreit nach dem Herzstab. Gerade für den. Okay, ich habe auch einen Rubin-Stab. So. Nice. Und hier kann ich hier noch die Herzchen einsammeln. Äh. So. Geil. Das war noch nicht schlecht. So, zack. Hier gleich nochmal den Bienen-Stab reinballern. Genauso wie hier. Hm, hm. Komm. Dich nehmen wir auch noch mit. Zack. Und nach unten geht es weiter. Hier kann ich meinen Stab aufladen. Äh, 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 äh. So, die Frage ist welchen. Ich würde, glaube ich, den aufladen. Ja. So, weiter geht's. Hm. So. Okay, es geht hier lang weiter. Wo gehen wir gerade hin? Du, 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 du. Hä? Okay, warte. Nee, ich muss hier alle Gegner töten. Irgendein Gegner hat hier die... Irgendein Gegner hat hier den Schlüssel. Wahrscheinlich hier. Ja, da ist er. Zack. Dö, 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 dö. So, wir haben auch schon wieder 400 Rubine, ne? Das ist schon nicht schlecht, was wir hier machen. So. Geil, Bombenpfeile, jawohl. Pfeile, wie gesagt, sparen für den Endgegner. So, zack. Ah, schön. Oh, hier gibt's einen Powerstern. Ja, gut, das war jetzt für die Gegner, war das echt ein bisschen lame. Uh, uh, uh. Für die Gegner hätte ich jetzt auch kein Powerstern gebraucht. Bin ich ehrlich mit euch? Okay, hier gibt's noch einen Geheimgang. Hier geht's nach rechts. Wir gehen erstmal nach oben. Ah, uh, yes. Okay, die Handschuhe brauchen wir nicht. Den Schild. 100 pro den Schild. So, hiermit könnten wir uns wiederbeleben. Nehme ich nicht mit. Bomben brauchen wir auch nicht. Wir nehmen auf jeden Fall die Pfeile mit. So, wir könnten jetzt in so eine Kiste investieren. Aber ich glaube, ich will das nicht. Wir haben halt auch nichts, was jetzt hier Mana bringt. Könnte halt was Geiles drin sein in der Kiste, aber ja, kann halt auch nicht, ne? Ich meine, wir haben zwar diesen Sack. Ah. Soll ich da jetzt rein investieren? Ne. Ne. Ich lass es, Leute. Wir spielen lieber ein bisschen safe. Hm, hm. So, okay. Es geht weiter nach oben. Zu meinem Lieblingsgegner. Okay, warte. Hau erstmal die kurz weg. Und dann haben wir da auf jeden Fall einfach nur einen Rubinstab rein. So viel ist klar. So, ich kann jetzt auch schön blocken damit. Okay, ich renne hier einfach mal durch, wie ich will. Muss ich alle Gegner töten? Ich muss alle Gegner töten. Oh Mann. Das Spiel ist ein richtiger Kackraum für uns. Das spielt ein richtiger Kackraum für uns. Okay. So, okay. Weiter geht's. So, ja. Und die auch. So, jetzt sieht das schon wieder anders aus. Jetzt habe ich schon wieder 326 Rubine, ne? Hm. Hm. Schwierig. Okay. Ja, es kann halt was Geiles drin sein. Es muss aber nicht, ne? Das ist halt die Sache. Es könnte was drin sein, was Geiles, ja. Es ist aber halt auch immer nur, es könnte. Okay, hier töte ich auf jeden Fall keine Gegner. Hier ist nochmal ein bisschen hier. Aber brauche ich alles nicht. Okay. Komm, egal. Weiter geht's. Etage 9. Wenn wir hier in der Etage fertig sind, werden wir sowieso nochmal schön gebacken. Deswegen, es ist, glaube ich, besser, wenn wir hier ein bisschen Geiles, die da dran nehmen. So, zack. Weg damit. Hier haben wir nochmal ein paar Gegner. Wir bringen erstmal alles um, was geht. Und werde wahrscheinlich hier unten einmal lang gehen. Ah, das ist angenehm, dass ich einfach durch die Gegner durchgehen kann. So, haben wir's dran. So. Hier gibt's weiter nix erstmal. Ich hoffe, wir kriegen gleich nochmal so'n Stab. Ah, Hilfe. Ah, jawoll. Money. Yes. Okay, warte, warte, warte. Ich bring den hier mal eben oben. Hallo? So. Bisschen Heelung und so. So, die. Okay, ich muss alles töten. Ich geh mal auf Pfeile. Boah, was halten die denn aus? Scheiße. Bomben? So. Ähm. Und dann. Ich fliege ihn nochmal mit rein. Zack. Äh. Oh Gott. Oh, eine Strawberry. Schnell weg hier. Ah, die machen jetzt schon ordentlich Schaden hier, die Gegner, ne? Größere Lampe. Beziehungsweise auch Tool, womit ich nochmal... Aber da muss ich auch die Gegner zerschlagen. Das ist halt auch wieder... Obwohl, das kann ich jetzt vielleicht auch mit dem Stab. Ich will den Stab noch mitnehmen. Also theoretisch haben wir eigentlich zwei Stäbe. Ich würde erst mal gucken, wohin uns der Weg noch führt hier. Wenn nicht, können wir später auch immer noch den Stab mitnehmen. So. Okay, hier könnte man Gems reinwerfen. Ich habe aber aktuell nur... So ein gelbes Ding. Das brauche ich... Ja. Damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen. So, hier mal sehr viele Gegner. Und den muss ich bestimmt töten. Okay, scheiße. Da wäre ein Schalter gewesen. Okay, egal. Firm und... Ne, 50 Pfeile. Okay, okay, okay. Geil. Das heißt, ich kann mal meine Pfeile ein bisschen benutzen. Und hier so ein Brathähnchen. Good to know. 50 Pfeile, Leute. Da gehen wir doch mal gerne aufs Ganze. So, einen Schlüssel haben wir ja bekommen. Äh. So, weiter geht's. Hilfe. Also, ich bin bisher guter Dinge, dass wir das meistern könnten. Es läuft relativ charmant ab gerade. Schatzkiste. Ja. So, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Okay, das ist nochmal One-Hit. Das ist schon schön. Oh Gott. Nein. Ah. Hm. Okay, warte. Ich mach den. Zack. Und... Hau mir das Ding rein. Und 5, 4, gleich nochmal 2 hinterher. So. Oh Gott. Bogen. Okay. Äh. Enderwagen. Zack. Wir müssen sparsam sein, Leute. Ja, hier müssen wir jetzt wieder was umändern. Meine Güte. Stressig. Sehr, sehr stressig hier. Okay. Wir haben auch schon wieder lange... Uh. Ah. Aber ist mir egal. Ja, ist schon geil, dass wir was gekauft haben. Jetzt hat man Flur abbekommen. Das wäre übel gewesen. Wir haben lange schon kein Secret Room mehr gehabt, ne? Finde ich. So. Oh oh. Mio. Ja, noch mehr Rubine. War cool. So. Ging es hier oben nicht auch lang? Ne, oben ist nur eine Schlüsseltür. Okay. Aber... Düm, 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 düm. So. Da geht es direkt zum nächsten Schlüssel. Ich switch mal rüber auf den Bogen wieder. Weil ich werde hier glaube ich mal die Gegner kurz dezimieren. Und werde mal neue Pfeile kaufen. Ja, wir haben ja jetzt hier drüben die Möglichkeit... Ach so, kacke. Ah, jetzt muss ich das wieder... Ah. Ja, das war jetzt doof. Warte mal, wo war das hier, ne? Warte, ich kaufe mal kurz Pfeile, ja? Ich kaufe kurz Pfeile und dann... Dann drehe ich den Schalter um. Wusste ja nicht, dass die mir jetzt hier so den Rückweg versperren. So. Warte, warte, warte. Mann, droppt doch mal was. Die droppen ja gar nix, ey. Mann! Warum droppen die denn nix? Geld. Oder so. Na ja, komm. So, 50 Pfeile. Da haben wir 79. 80 ist das Maximum, was wir tragen können. Deswegen, wir sollten auf jeden Fall so ein bisschen... Wenn wir so auf 50 Pfeile bleiben, ist das, glaube ich, in Ordnung. So, weil wir hier haben wir Geld gefunden gehabt. Ähm, so. Zack. Okay, jetzt Schlüsseltür. Zwei Schlüsselhammer. Wie gesagt, ich hab einen Schlüssel schon gekauft. Den möchte ich halt gerne mitnehmen in den letzten Dungeon. Da können wir uns theoretisch unter Umständen vielleicht die eine oder andere Sache ein bisschen leichter machen. Was mach ich denn gerade? Oh Gott. Okay, hier gibt's ein Secret Room. Ich fress mal kurz die Erdbeere. Was hab ich denn jetzt gemacht? Ich hab gar keine Heilung mehr. Oh, Kacke. So, also theoretisch kann eigentlich nur hier, ähm, die geheime Tür sein. Ich hab gerade richtig Scheiße gemacht. Ich hab keine Heilung mehr, Leute. Okay, jetzt kriegen wir noch eine Pepsi. Das ist sehr nett. Okay, ich muss hier alle Gegner töten. Das ist schlecht. Okay. Okay. Handschuhe. Und das Cape ist auch ganz geil eigentlich. Aber das verbraucht mir, glaub ich, zu viel Mana. Aber wir haben echt viel Geld. Also komm. Ich nehm's mit. Ich nehm's mit. Wir sind jetzt auf der zehnten Etage, Leute. Das heißt, ich werd mir mal kurz, äh, die Zwergenmine drauf machen. Ähm, also, das Foto meine ich, ne? So, wir haben auf jeden Fall genug Bomben. Und genug Potenzial, um diese Bomben zu kaufen. So, ich bin gespannt, was wir uns jetzt hier Schönes holen können. Ich hätt auf jeden Fall nicht gedacht, dass wir heute soweit kommen. Ah, das ist geil. Das ist auch geil. So. Mh, was kaufen wir uns? Wir kaufen uns auf jeden Fall ganz viel Mana, beziehungsweise blaues Elixier wieder. Das ist auf jeden Fall wichtig. So. Aber jetzt erstmal gucken, dass wir hoffentlich ein geiles Item bekommen. Ich hoffe ganz sehr auf den besseren Schild oder die bessere Tunika. Ich glaub, die bessere, äh, beste Tunika haben wir schon, ne? Oder? Ne, kann auch nicht sein, oder? Bessere Schild? Ne, zwei Schilder kommen noch. Genau, der Goldschild. Beste Tunika haben wir schon. Okay. Ja, das ist geil. Das nehmen wir gerne so. Wieder eine Rüstung besser. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön, Leute. So, dann sprengen wir hier eben nochmal die Wand auf und dann hoffen wir mal, dass wir noch ein paar geile, ja, ich weiß nicht, Geld, Items. Sehr schön. Okay, warte mal, was können wir machen? Ähm... Wir können uns auf jeden Fall die Lampe holen. Ansonsten leider aktuell nicht so viel. Mal gucken, was uns noch die Bomben bringen, würde ich sagen. Das sagt hier der Laden. Okay, hier können wir schön in Mana investieren. Ja, 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 ja. Okay, cool. Mach mal gleich. Erstmal ganz kurz hier rein. Und ich nehme mir mal eben... Ich habe acht Bomben. Dann nehme ich mir hier die mit. So. Und dann gucken wir mal ganz kurz, ja? So, einmal hier rein. Zehn Uhr. Dann gehen wir auf sieben Uhr. Das wäre dann hier. Neun Uhr. Also, ich bin froh, dass wir Mario ausgesucht haben. Mario ist der Meister des Ohne-Schwert-Kampfs, Leute. Ohne Mario hätten wir das nicht gewuppt. Das sage ich euch. So. Dann haben wir einmal vier Uhr. Zack. Und ein Uhr. Und hier ist aber gleichzeitig auch noch hier. Deswegen, ich gehe schon mal hier lang. Und ich merke mir schon mal... Warte, muss ich... Erst hier lang, ne? Ja. Und dann nochmal nach rechts. Und dann nochmal nach oben. Wir machen erstmal das Secret hier. Kriegen hier... nochmal eine große Schatzkiste mit der Lampe schon. Scheiße. Ah, die hätten wir halt... Okay. Weiß ich nicht, ob das jetzt gut war. Aber so können wir uns, glaube ich, Geld holen, ne? Wenn ich jetzt die Gems reinwerfe in den Brunnen, sodass ich die Lampe bekommen würde, kriege ich, glaube ich, Geld. So, acht Uhr. Und dann nochmal zwölf Uhr. Und dann haben wir unsere Bomben gut genutzt, würde ich sagen. Jawoll. Okay. Ja, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Vielfalt. Da können wir unter Umständen doch was anderes Cooles uns machen. Okay. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt... wie machen und investieren. Okay, pass auf. Wir haben... Echt viele Steine, by the way. Okay, ich kann mir hier erstmal... Ja. Den hier machen. Oh. Zack. Da kriegen wir... Nämlich schon mal... Das Ding. Und damit haben wir ja schon mal einen Schutz gegen Spikes und so. Das ist schon mal ziemlich geil. So. Es geht weiter. Ähm... Mh, 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 mh. Okay. Dann würde ich das machen und das machen. Da müssten wir ein blaues Elixier bekommen. Das ist auch nicht schlecht. Und wenn wir hier die zwei noch machen, dann würden wir... Feuerorbs bekommen. Aber wir haben jetzt aktuell sowieso keinen Platz mehr. Also ich glaube, ich lasse das. Wir haben auch irgendwo noch einen Ort, wo wir unsere Mana-Stäbe aufladen können, ne? Ich glaube, das würde ich auch nochmal eben machen. Weil wir haben echt viel Mana aktuell. Ist das nicht hier drinne? Ach da, guck mal. Da können wir unsere Mana-Stäbe aufladen. Das werde ich auf jeden Fall machen. Äh, auf jeden Fall den hier. Einmal eben durchgehauen. Dann nochmal so. Und dann... Dann hauen wir uns direkt das blaue Elixier nachher. Machen den noch voll. So, da haben wir schon mal drei Stäbe. Die jetzt schön gelevelt sind. Ein bisschen Heilung haben wir. Die Lampe haben wir. Wir haben extra viel Schutz. Mana-Verbrauch ist ja auch reduziert. Ist auch geil. Wir haben Pfeile. Ich würde mir auf jeden Fall ein blaues Elixier noch mitnehmen. Und ich glaube auch ein grünes Elixier, oder? Ja, komm. Grünes Elixier nehmen wir auch noch mit. Und könnten theoretisch die Bomben auch noch voll machen und nehmen uns noch ein grünes Elixier mit. Oder lasse ich's? So, da komm ich. Ich baller hier voll rein, Leute. So, und das nehme ich auch noch mit. Wir haben aktuell genug Geld, ganz ehrlich. So. Wir müssen an unser Überleben denken. Dafür ist mir nix zu schade hier. Bomben haben wir jetzt genug. Weiter geht's, würde ich sagen, oder? Bin zufrieden mit der Ausrüstung. Wir sind sehr, sehr stark. So, ich hab wirklich am meisten Sorge um den Dungeon, um den Boss Elf. Auf die Tasche Elf. Da hab ich wirklich ein bisschen Sorge. Da müssen wir quasi mit 80 Pfeilen versuchen, den alle zu machen. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. So. Okay. Da haben wir schon mal einen Gegner. Den knuckel ich mal gekonnt. Oh. Perfekt. Perfekt, Alter. Jo. Kompass nehme ich, glaube ich, mit. Äh. Na ja. Okay. Good to know, ne? Ich glaub, ich werd gleich mal hier so ein bisschen rein investieren. Hm. Guck mal, da kann ich nämlich direkt eigentlich wieder auffüllen. Und hier könnte ich mir noch eine Karte kaufen. Warte mal, was gab's hier noch im Shop? Ach so, jetzt, äh, hab ich schon gekauft, ne? Hm, okay. Aber es gibt, glaube ich, auch nix Großes mehr, was ich unbedingt brauche in einem Shop, oder? So. Noch mehr Geld, Alter. Okay, ich glaube, die Karte lass ich liegen. Oder? Ich wüsste zumindest nicht, was ich jetzt ablegen soll. Machen wir es mal so. Na, okay, die verbrauchen Mana. Ah, cool. Nein. Nee, 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 nee. Oh, ja, ne fette Mana-Bottle. Konsumieren. So, dann weiter nach rechts, oder? Nee, hier, von hier kam er. Nee, von hier kam er nicht. Äh. Ja, 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 ja. Ich weiß. Oh, Mann! Die Dinger jetzt, die hauen mir jetzt auch Mana-Schaden rein. Ach, Manu. Das war doch dumm. Dumm. Okay, hier kann ich lang. Oh, nein. Nein, nein, nein. Ich werde langsam wieder leichtsinnig, ne? Merkt er. Okay, ich kann ja über Stacheln laufen. Vergesse ich immer. Oh, Gott. Schon wieder so tausend Wege. Oh, Gott. Irgendwie kann ich nicht weitermachen. Ah. Na, 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 na. Uh, Feuerrob. Nice. Ich hab's erwischt. Ein bisschen, ne? Ja. Jawohl. Sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut. Ah, ich krieg schon wieder fett Kohle, ey. Ist der Wahnsinn. Nee, 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 nee. Hm. So, die kann ich mit dem Enderhaken weghauen. Haben wir noch einen davon? Fackel. Den lass ich mal am Leben. Aus Respekt. Okay, und hier haben wir den Dunge, äh, den, die Schatzkisten. Ähm. Ich hab tatsächlich gar nicht mehr so viel, was ich noch unbedingt machen will. Was ist denn das eigentlich hier? Ach, das ist der von Bomben. Okay, das ist auch, äh, crazy. Ja, keine Ahnung, Leute. Ich brauch eigentlich nix mehr. Ich werd mir hier rein investieren. Ich glaub, die einzigen Sachen, die wir wirklich noch brauchen, ist Mana. Ich glaub, mehr brauchen wir nicht mehr. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich werd die Karte hier droppen. Braucht das nicht mehr. Ich hab alles. So was hier kann ich vielleicht nochmal kaufen. Für spezielle Notfälle. Gerade wenn viele Gegner da sind. Weil das deckt auch schön. Auch wenn da die Feuerobs eigentlich effektiver sind. Aber ansonsten denke ich, das passt so. 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 Wir haben uns stattlich was aufgebaut hier. Ich bin begeistert. Mh, das können wir, glaub ich, machen, ne? Bamm, bamm. Ja, bis auf Herzcontainer, glaub ich, und Magie, brauchen wir nix weiter. Nice. Und Geld kommt von alleine. Es läuft. Es läuft echt gut, Leute. Das ist halt nervig, ne? Dass ich die Dinger nicht kaputt machen kann. Naja. Tadam. So, ich glaube, hier muss ich Gegner töten, ne? Ich hoffe, das funktioniert. Ja. Ja. Wusste ich's. Das war der letzte Raum, bevor ich in den anderen Raum wieder gehe. Und da sind meistens Schlüssel. Schlüssel drinne. Boah, ich lass mich grad ein bisschen oft treffen. Nicht gut. So, ich werd, glaub ich, nochmal zurückgehen. Und, äh, oder? Ich weiß gar nicht. Will ich jetzt in meinen, in den Stab noch investieren? Ich glaub, ich möchte in den Stab gar nicht mehr investieren. Ne, ne, ne. Ich glaub, ich lass das. So. Na, hier waren wir fertig. Alles klar. Gut. Wir müssen nach unten weiter. Dann werd ich den Stab jetzt noch leer machen. Und dann werd ich den wahrscheinlich dropen lassen. So, warte mal. Haben wir hier noch irgendwas? Geht's, hier geht's in verschiedenen Seiten weiter. Okay. Verschiedene Seitenbereiche. Da könnte man theoretisch weiter. Hier braucht man so ein Ding. Hier könnte ich jetzt halt auch easy einen Schlüssel sparen, ne? Wenn ich die Mondperle hätte. Gibt's hier was? Ah, ich will's gar nicht ausprobieren. Ich will's gar nicht ausprobieren. So. Oh. Hm, der will Mana von mir, glaub ich, ne? Kriegt da nicht. Mana ist mir zu wertvoll, Leute. Nyaung. Und weiter geht's. Oh, hier gibt's ein Secret. Hm. Das könnte an verschiedenen Stellen sein. Aber es ist hier. Nice. Okay, ne Soda, die trinken wir direkt. Und noch ein Feuerstab. Jawoll. Den nehmen wir mit. Und zwar machen wir das so. Pass auf. Zack. Dann gehen wir noch mal kurz hier rein. Oh, Powerstern. Zack. So, und wieder zurück. Und hier wieder rein. Feuerstab aufheben. Hä? Ach so. Drop. Zack. Und dann haben wir noch drei Stäbe, ne? Drei Stäbe. Wir haben Pfeile. Wir haben Bomben. Wir sind echt gut equipped, Leute. Ich glaube, ich hätte gerne noch einen Ring of Arrows. Das wäre noch ganz nice. Für diese Challenge. Naja, brauche ich alles nicht. Das hier bringt mir mehr Rubine. Brauche ich aber nicht. Brauche ich alles nicht. Okay. Weiter geht's. Du, du. Hier gibt's auch eine schöne Schatzkiste. Ja, das Geld kommt gerade von allein. Also, ich brauche das eigentlich alles nicht mehr hier. Das Zeug. Alter, was ein Regen. Der hier über mich kommt. So. So. Haben wir denn je noch irgendwas? Ne, ne? Da sehe ich auch nichts. Aua, du Penner. Geh weg. Und da ist der Boss. Okay. Ich denke, ich bin ready. Ich werde mir... Warte mal, ich hole mir den noch eben. Den Typen. Komm her. So. Und jetzt müssen wir da irgendwie gucken, dass wir da schön mit Pfeilen reinjuchzen. Ich könnte mir vorstellen, dass Bomben vielleicht auch funktionieren. Aber ich denke, wir müssen es mit Pfeilen schaffen. Okay, let's go. Jo, Pfeile treffen. Ich denke, wir müssen da. Ich denke, wir müssen das. Wir müssen uns mit Pfeilen und für die Pfeile beijen. Und das ist mit Pfeilen und durch. Wir müssen das. Wir müssen uns mit Pfeilen her. Und das ist mit den Pfeilen. Und das ist mit Pfeilen. Jo. Yes. Ja. Oh, nice. War voll gut mit Pfeilen. Pfeile sind echt gut gegen den. Geil, Leute. Ich glaube, wir schaffen die Swordless Challenge. Geil. Ich freue mich richtig. Ja, bis auf den ersten Boss. Den muss man scheinbar wirklich mit Bomben erledigen. Da gegen Pfeile nicht. Aber ansonsten kann man da gut reinballern. Und jetzt kann ich halt auch voll Pfeile raussämmeln. Weil wir brauchen eh keine Pfeile mehr. Wir müssen nur noch durch den Dungeon durchkommen. Ist alles egal. Ausrüstung haben wir eh schon auf Maximum. Kriegen sogar direkt noch einen Schlüssel. Oh, wie gut. Wie gut. So, zack. Fehl nehmen wir mit. Lol. Dass wir jetzt direkt einen Schlüssel bekommen haben, ist halt auch nice. Okay, pass auf. Ich glaube, der ist halt sehr, sehr stark jetzt hier. Hier direkt noch einen Pilz. Ach, hier ist ein Powerstern. Ja, dann. Das ist natürlich noch besser. Nice. Nicht schlecht. So, warte mal. Ich use hier mal eben ein paar von den Dingern. Und, äh. Ja, komm. Feuerstaub. Da müssen wir nicht hin. Wir gehen nach unten. Oh, hier ist ein Secret Room. Aber wahrscheinlich... Links oder so. Okay, müssen wir uns noch mal dran erinnern später. Pumpen. Okay, hier geht's weiter. Ähm. Komm, ich schau's jetzt nochmal mit. Ja, brauche ich nicht unbedingt, aber egal. Ein bisschen Butter, Leute. Ein bisschen Butter. Ich habe gerade keinen Platz für Butter. Ich nehme sie einfach so mit für Heilung. Zack. Ich glaube, ich... Ich muss hier irgendwas machen. Ich muss hier irgendwas machen. Warte mal. Ich glaube, hier muss ich alle Gegner töten. Obwohl. Es ist halt hier so ein Rundweg, ne? Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Und denke, dass ich hier irgendwas machen muss. Aber ich glaube, das ist falsch. Okay, hier sind wir also auch fertig. Dann... müssen wir ja doch hier lang. Okay, wir müssen alle Gegner töten. Düm, düm, düm. So. Jetzt kommen wir hier auf die andere Ebene, genau. Miao. Miao. Okay. Hier gibt es ein Secret. Also entweder hier oder hier. Da ist es. Rot habe ich nicht. Gelb auch nicht. Aber ich kann meinen Mana-Stab aufladen. Das ist doch nicht schlecht, oder? Ich nehme die. Die sind wichtiger, glaube ich. Okay. Bisschen mehr auf Bogen gehen vielleicht. Zack. Weiter geht's. Jetzt kommt ja auch gleich der nächste Secret Room schon, ne? Können wir da von oben irgendwie reinkommen. So. Zack. War das jetzt falsch? Warte mal. Hä? Wo habe ich denn das gerade rumgedreht? Hier habe ich alles gecleared, ne? Wo habe ich denn das jetzt aktiviert, Leute? Hier war auch nichts weiter. Hier auch nicht. Hä? Okay, mir fehlt gerade irgendwie. Mir fehlt gerade irgendwie die Parabel dazu, wo ich das umgedreht habe. Oder muss ich hier zurück? Ne, eigentlich nicht, gell? Äh. Dann ja doch gar ganz oben rechts, oder? Habe ich hier was übersehen gehabt? Muss ja. Ne, hä? Auch nicht. Hä? Wo soll ich lang? Hä? Bin ich durch? Habe ich irgendwo einen Raum übersehen? Ah. Hier war ich noch gar nicht. Stimmt. Lol. Hehe. So, warte mal. Zack. Zehn Rebine. Und weiter geht's. Okay. Warte, warte, warte. Ja, zack. Aha. Hier geht's also weiter. Okay, cool. Ah. Und hier direkt in den Teleporter rein. Let's go. Und dann kommen wir, okay, auf eine ganz neue Ebene. Hier könnte ich direkt mit dem Schlüssel weiter. Könnte ich. Und hier müssen wir mit dem Teleporter weiter. Okay. Äh, nicht Teleporter. Hier müssen wir wieder eine Wand runter machen, beziehungsweise. Das wollte ich sagen. Oh, hier können wir noch einen Schlüssel kaufen. Oh, wisst ihr was? Ich hab jetzt zwei Schlüssel. Ich guck mal, wie weit ich komm. Okay? Oh, hier ist ein Siegel-Room irgendwo. Scheiße. Der kann halt überall sein. Der kann halt echt überall sein. Ah, ich glaub hier. Oh, äh. Uh. Ich hab mal Knete hinterher geworfen. Pfeile. Nice. Noch mehr Knete. Sehr schön. So, ich wüsste mal eben den aus. Äh, sammle ich nochmal unterwegs ein paar Herzchen. Wenn mir irgendwas in die Quere kommt. Und hier gehen wir jetzt direkt in die nächste Tür rein. Zack. Und weiter. Und hier ist einfach noch ein geheimer Raum. Ich glaube, wir haben jetzt schon ein bisschen was übersprungen. Weil wir haben einfach zwei Schlüssel gejust. Das ist mir egal. Und hier ist der... Ja, ich kann's jetzt halt nicht genau einschätzen, wo wir sind und wo der Boss ist, ne? Das ist jetzt halt die Frage. Aber ich glaub, wir haben ein bisschen was übersprungen. So, weiter geht's. Guck mal, läuft doch echt gut. Ich will nochmal 50 Rubine reinflamen. Und, äh. Gehen einfach mal nach links. Okay, hier muss ich alle Gegner töten. Äh, hier benutze ich mal eben den. Lustig, dass das auch gegen Steine funktioniert. So, wir gehen weiter nach unten. Tür ist offen. Ich hoffe, es gibt hier nicht noch irgendwo einen Schlüssel. Das wäre natürlich doof. Ne, wir haben's geschafft. Hey, hey, hey. Geil, Leute. Wir haben uns durchgecheatet. Oh, schön. Ja, dann haben wir jetzt richtig nochmal abgekürzt. Geil. Ich freu mich. Ich freu mich, dass wir das geschafft haben. Damit haben wir auch die Swordless Challenge abgeschlossen. Also, ich muss sagen, die war ordentlich. Aber wir hatten echt Luck und haben's geschafft. Nice. Leute, jetzt machen wir gar nicht mehr platt. Und dann ist hier Ende im Schacht. Schicht im Schacht. Let's go. Okay. Ohne Schwert diesmal. Ohne Schwert einfach. Und wir haben jetzt so viele schöne Items noch. Wahnsinn. Ich freu mich. Bam, 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 bam. Nene. Du, 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 du. Du, 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 du. Ach, Kacke. Da hat er mich doch nochmal erwischt. Schade. Mann, das hätte jetzt echt mal der No-Hit-Run werden können. Aber da war mal wieder eine Millisekunde Nicht-Konzentration dabei. Aber wir haben gewonnen. Leute, wir haben's geschafft. Die Sorgless Challenge ist gemeistert. Geil. Ich freu mich. So, Leute. Ich hab übrigens Infos für euch. Am 25. Dezember da kommt das neue Update. 1.2. Also ein größeres Update. Da wird auch alles hier richtig schön umgeschmissen. Also neue Taschen und neue Sachen und viele Verbesserungen, viele Änderungen. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Äh, lasst mir auf jeden Fall ein Like da, Kommentare und ein bisschen Liebe und, äh, freut euch auf den nächsten Run. Der wird sicherlich irgendwann kommen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi. importantes Mal. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.